Hallo zusammen, ich begrüße euch heute wieder aus unserem Pomade Shop Hauptquartier, nämlich unserem Showroom in Ottobrunn. Ich bin der Flo und ich mache heute für euch wieder eine weiche Pomade und zwar diese hier. Das ist die Excellento Pomade. Das ist wie gesagt eine sehr, sehr geile weiche Pomade, die heute von Mary's Fair gestellt wird. Ich habe jetzt hier die Vintage Edition in den Händen. Vintage Edition zur Erklärung deswegen, weil die Pomade ist eine der ältesten, die wir hier haben. Die gibt es schon seit 1912 und da sah sie tatsächlich auch so aus. Eckige gelbe Blechdose mit dem Axtschriftzug. In den 60er Jahren wurde sie dann vom Design ja ein bisschen abgeändert. Dann hat sie die klassische runde Dose gekriegt, so wie fast alle Pomaden. Aber seit ein paar Jahren jetzt gibt es auch wieder die Vintage Variante, die quasi fast genauso ausschaut wie die ursprüngliche Excellento und dafür musste die vom Markt wieder verschwinden. Dafür haben wir jetzt hier die eckige Dose, die ich halt besonders geil finde, weil sie einfach was anderes ist. Sie sticht vom Design her vollkommen raus. Wenn man so ein Regal hat mit den ganzen runden Dosen, da fällt die sofort ins Auge. Dann macht man sie mal auf und sieht ihr schon, wie stark sie glänzt, weil das geil an der Pomade, die ist super reichhaltig am fliegenden Öl. Also das Olivenöl mit drin, das Rizinusöl mit drin, was einen super sauberen Glanz gibt und so ein bisschen Halt. Dafür sorgt noch Lanolin, was enthalten ist. Und jetzt kommen wir mal zum Duft. Der ist nämlich, sage ich gleich, vielleicht nicht für jeden was, weil genauso wie diese Pomade vom Außen sehr vintage mäßig aussieht, so riecht sie innen drin, auch sehr vintage mäßig. Sehr nostalgisch auf jeden Fall. Ich kann verstehen, dass Fans von moderneren Düften eher sagen, das ist mir zu alt packen, aber ich mag es eigentlich ganz gerne. Nicht für jeden Tag tatsächlich, aber in den Haaren verfliegt da eigentlich relativ der Duft, also man nimmt den noch nicht mehr so stark wahr. Was halt überwiegt, ist eine klare Note, die so ein bisschen an Petroleum erinnert, aber es ist auch eine leichte, pudrige, süßliche Note mit dabei. Wie gesagt, ich mag es eigentlich ganz gern, aber ich kann mir vorstellen, dass da nicht jeder so begeistert von ist. Ich würde sagen, ich mache es mir jetzt einfach mal in die Haare rein. Meine Haare sind relativ pomadefrei, eigentlich so gut wie alles ist rausgegangen. Ich werde sie mir ein bisschen anfeuchten, heute mit einem Hair Tonic von Jerry's. Wie gesagt, die Pomade, die ich mir gleich reinmache, ist sehr ölhaltig, deswegen nehme ich ein ölfreies Hair Tonic. Ich mache mir quasi gleich noch genug Öl in die Haare. Also, wie der Alex in einem schönen Video ja schon erklärt hat, Spritzer links und rechts in die Haare geben und dann gibt es hier gleich einen schönen Duft. Die Kopfer wird erfrischt und gereinigt und einfach die Haare schon mal leicht angefeuchtet. Perfekt als Vorbereitung für eine Pomade. Dann käme ich mal durch. Ich nehme heute den King Brown Cam mit Griff. Den mache ich sehr gerne, weil er schön handlich ist. Er ist relativ klein, also den kann man easy auch in die Hosentasche stecken und schön stabil. Und mache mir erstmal die Haare platt. Aber mache den Scheitel schon mal raus. So, und dann legen wir los. Ja, weiche Pomade, wie immer, wie zerlassene Butter. Geht super easy aus der Dose raus. Zieht schön Fäden. So mache ich das. Erste kräftige Finger in die Hand. Und dann ab damit in die Haare. Ja gut, wie immer ist es wirklich ganz, ganz weich zu verarbeiten. Und dementsprechend geht es dann auch super in die Haare rein. Und ich sehe jetzt schon, dass der Glanz extrem ist und das finde ich geil. Und deswegen muss da gleich noch ein zweiter Finger hinterher. So, von allen Seiten. Gegen den Strich natürlich. Dann lassen wir es jetzt für das erste Mal dabei. Und dann geht es los. Wie gewohnt, bei einer weichen Pomade komme ich ganz, ganz einfach mit dem Kamm durch. Das ist gar kein Problem. Dann kämme ich mir erstmal meinen Scheitel da links nach hinten. Und weil meine Haare von Natur aus einfach schon ein gutes Volumen haben, kann ich mir auch mit so einer weichen Pomade eine schöne, tolle herzaubern. Die ich hier vorne einfach ein bisschen hoch ziehe, hinten ein bisschen dagegen halte. Und dann die Haare an der Seite einfach wieder nach hinten lege. So, so schnell ist das eigentlich dann auch schon fertig. Hinten noch ein bisschen aufräumen natürlich. So, ja, da sind ein paar Ausreißer, aber die haben wir gleich gebändigt. So, ich denke mal, für das Büro langt's. Auf jeden Fall sieht es gut aus. So. Ich hab's jetzt alles drin. Vom Glanz her ist, glaube ich, recht ordentlich. Wie gesagt, es liegt an den enthaltenen Ölen. So finde ich es auch sehr geil, wenn es schön glänzt. Ich kann euch diese Pomade auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Sie passt perfekt ins Dreiergespann der weichen, glänzenden Pomaden von Marys Rhein, neben der Hairglow und der Superlight. Erfüllt ihren Job super. Ich benutze sie sehr, sehr gerne zum Glanztoppen auf eine feste Pomade im Sommer oder einfach auch als Standalone im Winter gerade, weil sie auch so schön reichhaltig in Pflege ist und dann einen guten Schutz gegen die Kälte bietet. Ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr bei eurem nächsten Barbershop-Besuch da seid, mal auf jeden Fall nachfragen, ob sie die auch da haben. Marys ist ja eine sehr übliche Pomadenmarke. Dann könnte es sehr gut sein, dass sie die auch vor Ort haben. Und dann lasst sie euch tief einfach mal reinarbeiten. Ansonsten die Pomade gibt es natürlich auch bei uns im Pomade-Shop. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das Review hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und wenn es euch viel Spaß gemacht hat, dann lasst doch gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal, kommentiert. Wir freuen uns über alle eure tollen Kommentare. Wir haben auch inzwischen schon eine Riesenliste von Produkten, die wir noch reviewen werden, die ihr wünscht. Bitte hat es da ein bisschen Geduld. Das ist nämlich wirklich eine lange Liste inzwischen schon geworden, dass wir da nach und nach dazu kommen, die auch abzuarbeiten. Dann wäre es das von mir eigentlich heute gewesen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Beste Grüße hier aus Ottobrunn vom glänzenden Floh und dann bis zum nächsten Mal. Servus! Bis zum nächsten Mal.